Ich bin Thorsten Gohm, Inhaber der Ferrari-Betriebe in Stuttgart, Singen und in Wien. Ich freue mich riesig, dass wir Adrian Sutil für die kommende Saison als Fahrer verpflichten konnten. Wir wünschen ihm viel Erfolg und allen Teilnehmern viel Spaß. Mein Name ist Adrian Sutil und ich freue mich, in der kommenden Saison für das Autohaus Gohm in der Ferrari-Challenge zu fahren. Mein Name ist Wilhelm Hegger. Ich bin der Geschäftsführer von Ferrari Zentraleuropa. Adrian ist ein begeisterter Fahreristi, aber vor allen Dingen auch ein richtiger Sportsmann. Wir freuen uns auf die nächste Saison. Seien Sie dabei. Alles Gute! 에요.